Servus Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was ist das denn heute für ein Tag in der Fortnite-Welt gewesen? Unglaublich, so viele Aufgaben, ich konnte sie kaum befertigen. Ich habe es aber dennoch geschafft, euch ein paar Videos hochzuladen, um euch bei den wöchentlichen Herausforderungen, bei der Marshmallow-Herausforderung zu helfen. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen lösen. Mir ist heute leider noch nicht gelungen, den Schneefall-Skin freizuschalten. Mir fehlen zwei Herausforderungen, die werde ich heute auch noch meistern. Und ich nehme an, ich kann in Kürze mit dem Schneefall-Skin spielen. Mich würde es interessieren, ob ihr den neuen Schneefall-Skin habt. Wenn ihr anschreibt, schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet und ob ihr begeistert von ihm seid. Okay, los geht's mit dem Shop. Was gibt's? Aha, aha, aha. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es heute kommt. Erst in ein, zwei Tagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Der Marshmallow-Skin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den abgefahren geil. Ja, den hole ich. Freunde, wenn ihr den Skin ingeben sehen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort setze ich euch den Link. Mit dem werde ich kurz zocken. Wie ihr wisst, ist die Replay-Funktion deaktiviert. Und dadurch kann ich euch das Skin nicht aus allen Winkeln zeigen. Aber von hinten und in Action könnt ihr ihn dann schon sehen. Was gibt's noch? Oha, oha. Nicht schlecht. Noch einmal. Mellow Glider. Gefällt mir, den hole ich auch dazu. Super. Was gibt's noch? Aha, das war's. Die beiden Sachen. Okay, das reicht ja. Ist in Ordnung. Was gibt's hier? Aha. Ist das abgefahren. Okay, gibt's nur die Pose? Ja, nur die Pose. Gefällt mir total, Freunde. Coole Geschichte. Okay, gut. Okay, DJ Pop. Ja, die hatten wir schon vor einer graben Zeit im Shop gehabt. Sie sieht abgefahren aus. Gefällt mir soweit. So lala, sage ich mal. Habe ich ja eh schon mal erklärt. Das Backbling ist abgefahren, aber ja, ich werde nicht grün mit diesem Skin. Ja, also ist nicht ganz meins. Die Spektralhacke haben wir jetzt schon zum 44. Mal im Shop. Hört sich gut, dann würde auch wahrscheinlich der Marshmallow passen, aber ja, ich hole sie mir nicht. Nachtlicht hatten wir auch vor kurzem wieder drin. Gefällt mir, ja. Mir gefällt die männliche Version. Puh, ich weiß gar nicht, was mir mehr gefällt. Aber, ja, sieht in Ordnung aus. Für 800 V-Bucks ist echt nicht schlecht. Das passt auf jeden Fall zum Marshmallow und deswegen hole ich es mir auch. Gut, der Sie-Mode ist eh bekannt, aber mich hat es nicht so ganz geturnt. Deswegen, ah, okay. Gefällt mir auch. Das ist mal ein geiles Sie-Mode, oder? Abgefahren, abgefahren, Leute. Der Läuftflug. Ja, ist ein cooler Gleiter, aber ich bin ja nicht so ein Gleiter-Fan, wisst ihr. Deswegen lasse ich es sein. Sieht aber ansonsten cool aus. Ja, Freunde, also ich bin total begeistert vom Shop, hat mich total geflasht. Ich kann es kaum aufwarten, diesen Skin-In-Game zu spielen und ein, zwei neue E-Modes abzulassen. Okay, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr den Skin, ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, wenn ihr den Skin-In-Game sehen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert zugleich die Glocke und ihr werdet immer informiert, wann immer ich neue Sachen präsentiere. Okay, Freunde, dann bedenke ich mich bei euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.